Wer an Gott glaubt, müsste in sich den Auftrag spüren, heilig zu leben. Wer an Gott glaubt, dem müsste es ein Herzenswunsch sein, sein Leben zur Entfaltung zu bringen, ein Liebender zu sein, beziehungsfähig mit Gott und den Mitmenschen. Wer an Gott glaubt, der müsste sagen, je größer meine Ähnlichkeit mit Jesus, desto besser. Heilig sein ist nicht ein Nebenthema des Menschseins und darf es nie sein für einen Christen. Heiligkeit, wie komme ich dazu? Der eine will es gar nicht und sagt, bewahre mich davor. Und der andere sagt, ja, wie komme ich denn zur Heiligkeit? Und ich meine, genauso wie die Kinder, wie wir zum Leben gekommen sind, geschenkweise. Und doch geht es darum, dass wir unseren Anteil übernehmen, sobald wir einmal lebendig sind und ich sehe es, wir sind lebendig. Und sobald wir begriffen haben, was wir gehört haben, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Und die Kinder Gottes orientieren sich nicht nur an den leiblichen Eltern, sondern sie orientieren sich am himmlischen Vater und am Sohn Gottes. Und sie lassen sich nicht vom Geist dieser Welt, sondern vom Heiligen Geist erfüllen und leiten. Ich meine, dass heilig werden wollen und zwar entschieden, das müsste die Freude, der Herzenswunsch, das Lieblingsthema eines jeden Christenmenschen sein. Und es gibt viele Möglichkeiten, über diesen Fortschritt, über dieses Wachsen in der Heiligkeit zu sprechen. Es wurde uns in der zweiten Lesung gesagt, dass diejenigen, die diese Gemeinschaft mit Jesus erhoffen, dass diese sich heiligen. Das heißt, wir sind in einem Prozess des Heiligwerdens. Und versuchen, den Erwartungen des Vaters zu entsprechen, der sagt, Seid heilig, wie ich euer Gott heilig bin. Oder Jesus, der Sohn Gottes, hat es dann so formuliert, Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und seid barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Die Orientierung an Gott ist für das Gotteskind das Entscheidende. Und dann wissen, dass uns das Leben zukommt, nämlich das Leben im Heiligen Geist zukommt, wie uns das biologische Leben eben zugekommen ist. Wie uns das natürliche Leben durch die Eltern zugekommen ist. So schenkt uns Gott jetzt die Möglichkeit, die Gotteskindschaft voll zu entfalten. Und ich sagte, es gibt viele Möglichkeiten darüber zu reden. Ich möchte doch kurz anspielen, den Aufstieg. Schließlich ist Gott in Jesus herabgestiegen zu uns, um uns den Aufstieg möglich zu machen. Und ein professioneller Bergsteiger hat einmal gemeint, es gibt drei Haltungen, die ein sehr guter Bergsteiger haben muss. Nämlich, er muss wahrhaftig sein. Also die Wahrhaftigkeit zeichnet einen guten Extrembergsteiger aus. Er muss vornehm sein, sagen wir kollegial, kameradschaftlich, verbunden mit den Übrigen, solidarisch. Und er muss bescheiden sein. Auch die Selbsteinschätzung muss stimmen. Und ich meine, Jesus selbst führt uns. Und Jesus hat gesagt, wir sollen in seiner Liebe bleiben. Das heißt, wir sollen uns lieben lassen. Und dann, wir sollen von ihm lernen. Und da sagt ein bedeutender Schriftsteller, dass er zwei Drittel, nein, präziser, er sagt, dass er drei Viertel der ganzen literarischen Tätigkeit damit verbracht hat, zu korrigieren und zu feilen. Also Schriftsteller, solche, die sich bemühen, der Öffentlichkeit etwas Gutes, Bleibendes, Nachhaltiges zukommen zu lassen, sie korrigieren, was sie da von sich geben. Sie feilen daran. Und ich meine, das ist das, was jeder Christ auch tun kann, ja tun soll oder tun muss. Natürlich, er wird auch korrigiert. Er wird auch bearbeitet. An ihm wird gefeilt. Und das ist recht so. Schließlich glauben wir dann auch daran, dass wir beim Eintritt in diese Herrlichkeit Gottes gesund geliebt werden. Dann wird alles gut. Aber ich warne die Menschen davor, darauf zu warten, dass sie erst im Sterben das entgegennehmen. Ich lade ein und dränge dazu, dass sie jetzt in dieser Welt schon korrigieren und feilen. Und zwar in erster Linie deshalb, damit sie es dem Heiligen Geist, der Gnade, Jesus leichter machen, mit uns zusammenzuwirken. Und sie kennen sicher auch wenigstens gewisse Phasen einer sehr gelungenen, harmonischen Beziehung. Und die allerbeste zwischenmenschliche Beziehung möge uns ein Bild dafür sein, wie das Zusammenwirken Gott Mensch gelingen will und gelingen kann. Einerseits alles geben und andererseits sich auch alles schenken lassen. Gott hat den Anfang gemacht. An uns liegt es, ob wir mitmachen und wer immer noch eine Frage hat, wie es denn geht, der möge in seinen Gebeten bei Jesus selbst nachfragen. Jesus, wie gelingt mein Leben, wie wird die Beziehung ganz harmonisch, die Beziehung zu dir, wie wird sie ganz heil und ich möchte mich von dir, Jesus, beschenken lassen. Auch in der Feier der Eucharistie schenkt sich Jesus. Amen. So wünsche ich Ihnen eine tiefe Sehnsucht im Herzen nach Erkenntnis, wie kann das relativ kurze Leben in dieser Welt sein und was will Gott mir alles täglich sagen, zeigen, schenken. Betende Menschen halten sich offen für das, was Gott ihnen von Augenblick zu Augenblick geben möchte. Einsicht, Weisheit, Lebendigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017